For everything we are, together we feel the heat, forever entwined we reach out, with you I know... Probieren Sie es doch einmal mit einem Lampionzopf. Diese Frisur ist einfach und schnell und man sieht sofort umwerfend damit aus. Was brauchen wir? Mini Haargummistransparenz, Haarklammer, Volumenpuder, Bürste, Haarspray. Schritt 1. Bürsten Sie Ihre Haare gut durch. Schritt 2. Nun fassen wir die Haare zu einem hohen Ponytail zusammen und fixieren diesen mit einem transparenten Mini Haargummi. Eine Strähne nehmen wir davon noch ab. Diese Strähne wickeln wir nun um den Ponytail. Das Ende verstecken wir auf der Rückseite und befestigen es mit einer Haarklammer. Schritt 3. Nun verwenden wir etwas Volumenpuder. Es zaubert nicht nur Volumen ins Haar, es gibt ihm auch mehr Struktur. Schritt 4. Circa 5 cm unter dem Anfang des Zopfes wird wieder ein Haargummi fixiert. Nun ziehen wir die Haare dazwischen auf allen Seiten etwas heraus. Dabei entsteht eine Art kleiner Lampion. Schritt 5. Je nach Haarlänge setzen Sie nun einen kleinen Lampion nach dem anderen. Zu guter Letzt fixieren wir den Lampionzupf noch mit etwas Haarspray. Geht's doch, oder? Schritt 5. Je nach Haarspray. 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 Schritt 5. Je nach Haarspray.